Entdecke mit uns die Welt der erneuerbaren Energien und was haben eigentlich Windparks und Solaranlagen mit Chemie zu tun? In unserem Alltag begegnen wir vielen Produkten, zu denen die chemische Industrie einen wichtigen Beitrag leistet. Auch auf unserem Weg in eine klimafitte Zukunft sind Produkte aus der Chemie unverzichtbare Begleiter. Die chemische Industrie mit ihren Innovationen ist ein bedeutender Partner beim Umstieg auf erneuerbare Energien. Um diese wirksam für die Stromproduktion nutzen zu können, spielen zum Beispiel spezielle Lacke und Kunststoffkomponenten eine wichtige Rolle. Intelligente Kunststoffe steigern den Wirkungsgrad von Solaranlagen. So wird aus dem Licht der Sonne mehr grüner Strom. Solarpanele helfen, fossile Brennstoffe einzusparen. Dank schützender, wetterfester Spezialbeschichtungen können Solarpanele jahrzehntelang grüne Energie erzeugen. Für Handys, E-Autos, E-Bikes, E-Scooter und vieles mehr, das Spaß macht. Auch Windkraftanlagen liefern Ökostrom mit Hilfe der chemischen Industrie. Eine wichtige Rolle dabei spielen Kunststoffkomponenten in den Rotorblättern. Sie bieten hohe Festigkeit bei geringem Gewicht. Das macht sie ideal für den Einsatz in Windturbinen. Den extrem zugfesten Verbundwerkstoffen können selbst jahrzehntelange Witterungseinflüsse kaum etwas anhaben. Windräder sind auch extremen Temperaturen und Windgeschwindigkeiten von bis zu 300 Stundenkilometern ausgesetzt. Wie ein Schutzschirm machen Hightech-Lacke und Beschichtungen die Windenergieanlagen widerstandsfähig gegen Eis, Sonne und Wasser. Ohne Kunststoffmaterialien, die in grünen Technologien stecken, gäbe es auch viele deiner Lieblingssachen nicht. Du siehst, grüne und innovative Ideen der chemischen Industrie stecken in fast allem, was unseren Alltag erleichtert. Vorausdenken, das verändert. Die chemische Industrie. Alle Infos unter www.fcio.at